Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tag 6 unseres Halloween Specials. Und zwar habe ich jetzt spontan entschieden, dass es heute keine creepy Story direkt gibt, sondern sieben Filmempfehlungen von mir für den morgigen Halloween-Abend. Falls ihr bestießt, nicht um die Häuser zu ziehen und auf eine Party zu gehen, sondern einen gemütlichen, gruseligen Videoabend zu machen und ihr die Klassiker wie Halloween und Freitag der 13. und Jason, die übrigens alle 1a sind, schon hundertmal durchgeguckt habt, habe ich jetzt hier sieben Filme, die ich aus unterschiedlichen Gründen selber sehr gut finde und die ich euch in dem Fall dann für euren Abend ans Herz legen möchte. An dieser Stelle jetzt noch einmal ein Spoiler-Alarm. Ich werde mich zurückhalten und nicht zu viel erzählen, aber ich gehe natürlich ein bisschen auf die Filme ein. Ich sage euch was dazu. Also an dieser Stelle in diesem Video können Spoiler enthalten sein. Und Punkt 2, ich empfehle euch Filme, die teilweise erst ab 18 Jahren sind. Also wenn ihr gruselige, eklige oder ähnliche Sachen nicht mögt, ein leicht erschreckbares Gemüt habt oder wenn ihr unter 18 seid, schaut euch das Video vielleicht nicht an oder schaut es auf eigene Gefahr. Ich habe euch die Filme nach Erscheinungsjahr sortiert. Wir fangen an den 80ern an und ich glaube, der letzte Film, den ich auf meinem Spickzettel habe, ist aus 2016. Ich fange mit dem ältesten Film an und arbeite mich zum neuesten hoch. Der erste Film, den ich euch empfehlen möchte, ist Slugs. Und zwar Slugs, zu deutsch Nacktschnecken, ist ein Film aus dem Jahr 1988, eine US-spanische Produktion. Fällt unter das Motto Tierhorror und ich würde auch sagen Gore auf jeden Fall. Der Film ist ab 18 Jahre, David sprechend, er ist schleimig und eklig und nicht jugendfrei, definitiv. Er ist von Jean-Piquet-Simon, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, schlag mich bitte dich. Und dieser Film ist tatsächlich auch im Jahr 2018 als Schlefatz entschieden. Wer Schlefatz nicht kennt, das ist eine Sendung, die auf Tele 5 läuft mit Oliver Kalko und Peter Rütten, die ich persönlich auch sehr feiere, weil ich schlechte Filme liebe und deren Comedy-Satire, die sie dazu machen, einfach auch echt feiere. Wer also sagt, ich ertrage einen Trash-Horror-Film, und ja, Slugs ist ein Trash-Horror-Film, ich ertrage den nicht so, aber ich mag Comedy, dann guckt euch die Schlefatz-Variante an. Schlefatz steht übrigens für die schlechtesten Filme aller Zeiten. In Slugs geht es grob gesagt darum, dass wir eine kleine Stadt haben, in der nach und nach auf einmal Menschen sind. Menschen sterben und deren Leichen grausam entstellt, gepunden werden, beziehungsweise man auch live miterlebt, wie diese Leute sterben. Ich kann echt sagen, Daumen hoch an die Maskenbildner, das war ja alles noch vor alles computerüberarbeitete Special Effects, also es ist wirklich noch Handarbeit, Maske, Make-up. Ja, Nacktschnecken greifen an, Menschen sterben und der Film hat auch eigentlich eine Botschaft, die uns sagt, ja, heute aktueller als je zuvor, die Natur schlägt zurück. Auf diese Weise bedankt sich die Natur für den Giftmüll der Gesellschaft. Nach dem Motto, wenn wir Mist bauen und Umweltverschrutzung und so, dann kommt die Natur irgendwann und rächt sich. Gut, ob man jetzt dem Film jetzt so viel Story beimessen möchte, aber im Prinzip möchte er uns das sagen. Das heißt, ja, also wer für den Halloween-Abend noch was Ekliges, Unappetitliches sucht, dem kann ich Slugs definitiv nur wärmstens ans Herz legen. Der zweite Film, den ich euch empfehlen möchte, ist C2 Killer Insekt. Der englische Titel ist Ticks, womit wir dann auch schon wissen, worum es geht. Es geht um Zecken. Zecken alleine sind einfach schon eklig und Horror. Ich hatte schon welche und blääh, ich mag Zecken. Ja, Ticks ist aus dem Jahr 1993, ist eine US-amerikanische Produktion von Tony Wendell. Ja, gut, ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich war damals Teenager, ich habe ihn als Teenager geguckt. Ich habe ihn als Teenager auch sehr gefeiert. Heute würde ich auch sagen, fällt ebenfalls in die Kategorie Trash, ist ebenfalls Tier-Horror, weil Ticks Insekten sind. Und auch hier haben wir wieder, Mensch, ich sag mal, Wacht-Sachen, die nicht gut sind. Zecken mutieren, wie wir es eigentlich auch in, ich glaube, in der Wack-Attack zum Beispiel haben wir es auch, Spinnen mutieren und werden groß. Zecken sind auch Spinnentiere, also auch hier, sie mutieren, sie werden groß. Und wir haben eine Gruppe Jugendliche, die in den Wald gehen, die dort ein Camp-Haus haben und nach und nach sterben sie, weil die Zecken angreifen. Auch hier haben wir wieder letztlich so ein wenig bisschen diese Umwelt-Message, so vergifte deine Umwelt nicht, sonst passieren schlimme Dinge und sie schlägt zurück. Genau, also an der Stelle, Umweltschutz ist gut und wichtig, aber kommen wir zu den Horrorfilmen. Also auch hier Blut, Spad-Ladder, Krabbelfiecher, also so Creepy-Krabbel. Ich glaube, der Film ist ab 16. Ja, und wie gesagt, ich feiere ihn, weil ich ihn als Teenager gefeiert habe und er für mich so einen Retro-Charme hat. Aber auch da würde ich sagen, er ist lustig, er ist gruselig, er ist eklig und wer sowas mag, meine Empfehlung für den Halloween-Abend. Tix, beziehungsweise deutscher Titel, C2-Killer-Insekt. Obwohl Zecken genau genommen keine Insekten sind, aber so ist der Titel. Dann möchte ich euch eine Reihe empfehlen und zwar Hatchet. Hatchet, auch ein Film oder eine Filmreihe, die ich sehr gut finde. Wir bewegen uns hier an dem Bereich der Slasher-Filme. Also ähnlich wie Freddy, Jason und Michael haben wir hier den Slasher, unser Hauptcharakter ist Victor Crowley. Diese drei Filme, diese Trilogie gehören auch tatsächlich zusammen. Es macht Sinn, sie in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Denn anders als bei den anderen Filmen, wo auch jeder einzelne Teil, da gibt es ja viele, ich glaube Nightmare gibt es sieben, acht, plus noch Crossovers und so. Genau, aber Hatchet, diese drei Teile gehören wirklich zusammen und sind eine durchgehende Story. Und es macht Sinn, sie in der richtigen Reihenfolge durchzugucken, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Im Prinzip bewegen wir uns hier in, ich glaube New Orleans und es ist Mardi Gras und eine Gruppe Touristen bucht eine Bootstour in die Sümpfe. Und ja, abgesehen von Alligatoren und anderen realen Gefahren, die da rumlaufen, gibt es halt die Horror-Story von dem Victor Crowley, der eine tragische Hintergrundgeschichte hat und jetzt als Slasher die Bilder unsicher macht. Und ja, leider, oder zum Unglück, dieser Touristen müssen sie feststellen, dass an dieser Urban Legend mehr dran ist, als ihnen wohl lieb wäre. Ja, und einer nach dem anderen verliert, im wahrsten Sinne des Wortes, den Kopf oder andere Körperteile. Definitiv auch hier viel Blut, viel Gory, Slasher, Schnetzel, was auch immer. Also wer sowas mag und feiert, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Wir bewegen uns hier wieder im Bereich FSK 18. Der Film ist von Adam Green aus dem Jahre. Und jetzt stelle ich gerade fest, meine Zeitreihenfolge stimmt nicht. Oder doch, stimmt schon. Ich bin durcheinander. Doch, stimmt schon. Also der erste Teil kam 2006 raus, dementsprechend stimmt es schon. Der zweite 2011 und der dritte 2013. Was ich während meiner Recherche, weil ich nochmal geguckt habe, wann ist eigentlich welcher Film erschienen, noch gesehen habe, das wusste ich selber noch nicht. Es gibt einen vierten Teil von Hatchet und zwar nochmal der Slasher Victor Crowley kehrt zurück. Und dieser Film ist 2017. 2017 erschienen. Deswegen war ich gerade verunsichert, weil 2017 wäre dann der neueste Film auf der Liste. Diesen vierten Teil, der gehört wohl nicht in diese ganz enge Reihe. Also wie gesagt, die ersten drei gehören wirklich zusammen. Der ist noch später rausgekommen. Ich glaube zum zehnjährigen Jubiläum, wenn ich das irgendwie richtig gelesen habe. Der steht auf meiner Liste. Den werde ich mir morgen wahrscheinlich angucken, weil ich den tatsächlich noch nicht kenne. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, aber im Prinzip kommen wir nochmal zu den ersten drei Teilen. Es gibt im dritten Teil, was ich persönlich sehr geil finde, ein Plottwist, dass nochmal Sachen anders laufen als in den klassischen Slasher-Filmen. Finde ich sehr gut. Ich kann die Reihe dementsprechend nur empfehlen. Und wer also einen längeren Videoabend plant mit drei, beziehungsweise dem neuen Teil, dann sogar vier Filmen, Hatchet ist dann meine Empfehlung für euch. So, kommen wir zum nächsten Film und zwar Behind the Mask. Ebenfalls ein Slasher-Film, aber auch nicht ganz im klassischen Sinne. Und zwar Behind the Mask ist auch eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2007. Der volle Titel oder der amerikanische Titel ist Behind the Mask – The Rise of Leslie Burnham. Und es ist eine Horror-Mockumentary. Eine Mockumentary ist sowas ähnliches vom Stil wie eine Dokumentation, aber fiktiv, ohne wahren Hintergrund, aber im Stil einer Dokumentation. Und zwar haben wir eine junge Reporterin mit ihrem Team, die unseren Slasher, also den Typen Behind the Mask, interviewt und dabei begleitet, wie er dieses Slasher-Sein praktiziert und vorbereitet. Und wir verfolgen quasi nicht die Teenager, denen schlimme Dinge passieren, sondern den Slasher, wie er dafür sorgt, dass den Teenagern schlimme Dinge passieren. Und der sonst eigentlich, in Anführungsstrichen, ein ganz normaler Kerl ist, der einfach das als Hobby, beziehungsweise Berufung hat. Im Film wird dann auch darauf eingegangen, warum er und seine Kollegen das denn so tun. Ja, noch mehr Katzen-Content. Ich finde es sehr gut, ich finde es sehr gut gemacht. Ich mag den Film, der auch zwischendrin nochmal einen kleinen Plot-Twist hat. Und ich finde auch den Darsteller sehr sympathisch. Man kriegt richtig ein freundliches Gefühl oder ein sympathisches Gefühl für diesen Slasher und wie viel Mühe er sich gibt. Kann man sich wirklich gut angucken. Also ich zumindest mag den Film sehr. Er ist von Scott Glosserman. Ja, also wer sich dafür interessiert, warum und wieso Leute zu Slashern werden und was eigentlich dahinter steckt, den kann ich dann Behind the Mask ans Herz legen. Dann haben wir ein bisschen, könnte man erstmal denken, der Film passt vielleicht gar nicht in diese Reihe, aber ich erkläre warum. Und zwar Coraline. Coraline ist auch eine US-amerikanische Produktion und es ist ein Stop-Motion 3D-animierter Film. Und es ist eigentlich ein Kinderfilm. Ich gestehe, ich würde ihn wahrscheinlich meinen kleinen Kindern nicht zeigen. Er hat eine FSK von 6. Auch das, jeder kennt seine Kinder selbst. Meine Empfehlung an Eltern, die diesen Film nicht kennen und insbesondere, wenn ihr eher empfindsame und schreckhafte Kinder habt, guckt ihn euch einmal alleine an und entscheidet dann, ob ihr diesen Film euren Kindern zeigen möchtet. Dieser Film ist basierend auf einem Roman von Neil Gaiman. Und Regie hat geführt... Henry Selleck. Jetzt musste ich jetzt mal in meinem Zettel gucken, wo es steht. Und genau, ich finde den Film großartig, aber der Film ist von 2009. Ich habe diesen Film als Erwachsenen gesehen. Im Prinzip geht es darum, dass Coraline mit ihren Eltern in ein Haus zieht. Ihre Eltern müssen arbeiten, renovieren, sind schwer beschäftigt, haben wenig Zeit für ihre Tochter, die sich ein bisschen einsam und vernachlässigt fühlt und da alleine rumstreift und eine mysteriöse Tür entdeckt, wodurch sie in ein zweites Zuhause kommt, wo es eine zweite Mama und einen zweiten Papa gibt. Und am Anfang ist alles total schön, bis auf die merkwürdige Begebenheit, dass alle in dieser Welt Knopfaugen haben. Und der ganze Film ist etwas surreal, etwas düster und in dieser Parallelwelt, wo sie sich ja erstmal ganz wohl fühlt, weil sie ja auch so ein bisschen diese Flucht von zu Hause hat, passieren dann merkwürdige Dinge und wir stellen fest, dass die zweite Mutti vielleicht doch nicht ganz so nett ist, wie man am Anfang gedacht hat. Und dann wird es meiner Meinung nach richtig creepy. Mehr erzähle ich jetzt nicht, weil ich nicht zu sehr spoilern möchte. Aber auch für Erwachsene ein sehr schöner Film. Wer Nightmare Before Christmas oder ähnliches mag, wird diesen Film, denke ich, auch mögen. Also er ist wirklich künstlerisch, finde ich. Er ist schön, er ist schön gestaltet, er ist schön anzusehen. Und ich, also für Teenager, Kinder, die sowas auch mögen, kann ich auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall bei jüngeren Kindern, wie gesagt, ich empfehle, guckt ihn euch erstmal an und entscheidet dann, ob ihr das eurem Kind zeigen möchtet oder ob ihr ein paar Jahre damit wartet. Aber für den Halloween-Abend oder auch für einen Familienabend, je nachdem, was ihr für eure Kinder entscheidet, ist auf jeden Fall ein guter Film, den man sich dann auch gut angucken kann. Und ja, meiner Meinung nach auch auf jeden Fall ein Horrorfilm. So, kommen wir zum letzten Film in meiner Liste. Und zwar ist das The Void. The Void ist aus dem Jahr 2016 und eine kanadische Produktion. Und zwar von Stephen Konstansky und Jeremy Gillespie. Die haben wieder das Problem mit den Namen. Und zwar würde das so ein bisschen in den Bereich Lovecraftian Horrorfilm fallen. Also es ist nicht nach explizit einer Lovecraft-Story. Achso, Lovecraft-Schriftsteller. Und zwar, Lovecraftian sind ja letztlich so seine Monster, Kreaturen, Ghoule, komische Sachen. Und in diesem Film ist halt auch alles creepy, crowly, Tentakeln, Body, Morph, Horror. Also ihr seht schon, mein Geschmack ist wahrscheinlich für manche ein bisschen eklig. Ich mag diesen Film tatsächlich sehr. Ja, ich liebe Lovecraft. Ich habe, glaube ich, fast alles von Lovecraft gelesen und fange mir das auch sehr gerne immer wieder als Hörbücher an. Und er hat viele Filme oder viele Filmemacher heutzutage auch letztlich inspiriert. Und hier, wie gesagt, das ist keine konkrete Story von ihm, die verfilmt wurde. Aber der Stil und die Monster und was die Protagonisten so nach und nach durchmachen. Also wir bewegen uns letztlich auch an einem düsteren Abend. In einer Klinik, die eigentlich schon fast verlassen ist, wo es irgendwie noch drei Patienten gibt und eine Krankenschwester und einen komischen Arzt. Und ich glaube, ein Polizist kommt dann dahin und irgendwen, den er festgenommen hat und dann irgendwie noch zwei Freaks mit Gewehr. Und diese Gruppe, die eigentlich sich nicht vertraut und gegeneinander ist, ist halt in diesem Krankenhaus eingesperrt, weil draußen ein Haufen merkwürdiger Kultisten ist. Niemand weiß, was los ist und warum und wieso jetzt da draußen diese Kultisten stehen und sie angreifen, wenn sie rausgehen, aber nicht in die Klinik eindringen. Und in der Klinik passieren auch sehr merkwürdige Dinge. Und ja, wir haben keine Ahnung, was los ist. Die Protagonisten haben im Prinzip auch keine Ahnung, was los ist. Und wir erleben diesen Film quasi mit den Protagonisten. Wir begleiten sie und erleben diesen Horror, den sie erleben, live mit. Und sind bei der Auflösung, wenn man das, was in dem Film passiert, so nennen kann, dabei. Und ja, also jeden, der Lovecraft gerne mag und gerne liest, dem kann ich diesen Film auch auf jeden Fall nur ans Herz legen. So, damit sind wir am Ende unserer kleinen Liste. Ich hoffe, es ist der ein oder andere Film für euch dabei, den ihr vielleicht noch nicht kennt und euch morgen oder auch irgendwann anders, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt, anschauen möchtet. Wir hören uns morgen beim letzten Video aus der Reihe und sehen uns, ja, spätestens im nächsten Talk mit Melle, würde ich sagen. Ich wünsche euch morgen ein gruseliges Halloween und bis zum nächsten Mal. Ciao.